Wenn wir weitermachen wie bisher, dann fallen die Kippelemente in den nächsten paar Jahren und das macht die Erde zu einem unbewohnbaren Planeten. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, den Kollaps des Klima- und Ökosystems aufzuhalten. Und das wiederum bedeutet, dass unsere Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie eigentlich nicht überleben können. Mit Extremwetterereignissen, mit Hitzewellen, mit Dürren, mit Ernteausfällen, mit Hunger und Durst und Elend und wahrscheinlich Plünderungen und Ressourcenkriegen und allem, was dazugehört. Dieser Planet muss gerettet werden, mit allen Lebewesen auf ihm drauf. Und deswegen können wir nicht weiter das wählen, was wir in der Vergangenheit gewählt haben. Die Parteien, die die letzten 40, 50 Jahre an der Macht waren, haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie nichts anderes können, als uns an den Rand der Katastrophe zu führen. Deswegen mach die Bundestagswahl zur Klimawahl. Wähle die Partei, die möglichst viel Klima- und Umweltschutz im Programm hat und sorge dafür, dass unsere Kinder und alles andere Leben auf diesem Planeten in irgendeiner Form besser überleben kann. Danke. 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 Danke.